Aha, ein Bot. Ein Bot, oder? Schöne Grüße mal an die Mittagsaktiv, Leute. Na, wie geht es euch? Geht es euch gut? Seid ihr wach? Seid ihr gerade von der Schule zurück? Haut ein Like rein, wenn ihr zurück seid. Oder zumindest, wenn ihr wieder Ferien haben wollt. Für viele Bundesländer ist heute Ferien vorbei. Bayern hat es immer noch nicht angefangen. Selbst NRW hört bald auf und selbst an. Erst fängt Bayern an. Ist aber unwichtig. Geht ja nicht hier um Ferien. Ich will euch nicht über Schule erzählen. Vielleicht sollte ich selber mal wieder in die Schule gehen. Back in school. Das wäre irgendwie interessant. Egal. Das Schöne an dem neuen Kapitel ist, Leute, dass wir wieder die Sachen ausprobieren können, die schon in Season 1 wir ausprobiert haben. Und deswegen haben wir gestern ein bisschen ganz gemütlich gezockt. Einfach ein bisschen XP gegrindet, um die Metallkarte voll zu machen. Und hat Imagehunt auf jeden Fall mit einer hier. Eine der Grind-Gruppe, mit der ich immer grinde. Dann gesagt, hey, vorwegen. Habt ihr schon gesehen, man kann auf Bandagen rumreiten. Tak, perfekt. Schon ist die Video-Udee geboren, Leute. Genau das wollten wir probieren. Wir wollten fliegen. Und das macht Mords-Mords-Laune. Und holen uns noch dazu zwei epische Wins. Wenn ihr nichts verpassen wollt, Leute, natürlich gerne den Abo-Button, Glocke aktivieren. Würde mich mega, mega freuen, wenn ihr das supportet und euch auf jeden Fall allgemein feiert. Auf Twitter gibt es immer noch Codes für den Spray, nur so nebenbei. Und im Shop, im Shop haben wir mal eine ziemlich sicke Aufstellung, ne? Wir haben Bunnymoon von letzten Halloween. Eigentlich relativ selten. Auch eigentlich gar nicht mal so schlechter Skin. Finsterbomber haben wir. Wir haben Zakria und Melkor. Beides, alles richtig nice Skins, Leute. Würde mich natürlich freuen. Creator Code. Hey, Stani einzutippen, ne? Würde mich unterstützen. Oder irgendeinen anderen YouTuber, den ihr gerne unterstützen wollt. Instagramer, Twitterer, Leaker, was auch immer, ne? Hauptsache, ihr trägt das ein. Wusstet ihr, dass man mit der Bandage-Kanone einen Raid machen kann? Einen Raid? Was? Raid. Also, dass man auf der Bandage reinkommt. Ach so? Oh, das muss ich mal ausprobieren. Also, wenn wir die finden, machen wir das mal. Ja. Ach, hier draußen im Video. Nice. Du hast einen Bandage-Kanone? Yes, yes. Dann, let's fly. Aber lass das erstmal in die Zone reingehen. Ich denke mal, es funktioniert genauso wie mit Rocket Launcher. Einfach unter die Füße springen und drauffallen. Ich fliege. Ich will fliegen. So. Damit das auch schön wehtut, am besten ins Wasser. Okay. Okay, ich hab keine Ahnung. Also, wir machen einen Timer. 3, 2, 1. Schieß einfach mal. Mal gucken, wie es aussieht. Ja! Ah! Nochmal, nochmal, nochmal. Also, es hat so halb funktioniert. Halb. Schade. Ich muss nachhören. Ich hab noch einen Schuss. Bisschen mitgezogen, okay? Man sieht das immer ganz kurz. Ja, man zuckt so ein bisschen. So. Ihr solltet euch bewegen, nicht, dass ihr gesnaptet werdet. Okay, lasst weitergehen. Nächster Try irgendwie, nachdem du fünf Schusser hast. Du hast wahrscheinlich zu flach gezielt, kann das sein? Das muss ein bisschen mehr schräg nach oben. Ah, eine neue Bandage-Kartone. Okay, lass nochmal machen. Versuch mal diesmal ein bisschen schräger, von unten schräg zu schießen, sodass es ein bisschen mehr nach oben fliegt. Und ich springe. Ah. Ah, zu früh. Yay! Okay. So, der Fall der Teleporter, ey. Bisschen schräger und nach oben. Also noch ein bisschen tiefer gehen. Geh nochmal tiefer. Okay. Ja, okay. So. Ja, nochmal. 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 Nehm, muss ich... Okay, muss nicht mehr. Nimm den anderen, der ist bestimmt wieder aufgeladen. Oh, oh, oh. Snap. Beim Heumann. Nach dem Feiertel, ich lege den so einen Code weg. BOT! Juhu! Ey! Nein! Warte! Warte, ich muss einen tragen. Ja, wir wollen die BOTs mobben. So, ich schmeiß sie. Wo bist du? Okay, geht zur Seite. So, da. Du hast den BOT. Jetzt schmeißt du ihn zurück. Oh! Ach, Mann. Ach, Mann, du bist so ein Keysteater, ne? Wo kommen die alle her? Da ist noch mehr BOTs. Ja, noch einer. Ey, jetzt halt dich mal zurück hier. Wir haben eine gute BOT-Runde. Jetzt funktioniert das Matchmaking. Ja, endlich. Ich habe zugeladert. Tja, Amy. Keine BOTs, keine BOTs. Keine BOTs. Alarm. Keine Übung. Skandalen. Ja, sind ein bisschen nicht ganz so gute Spiele, aber ich würde sagen, echte Spiele. Sollen wir das Fliegen probieren? Ja. Soll ich schießen nicht machen? Okay. Dann. Let's. Lache. Bring mich zum Fliegen. Ah, aber ich muss ihn ja dran. Ne, ne, ne. Du darfst nicht auf mich zielen. Du darfst nicht dieses grüne Klos haben. Okay. Gibst Lache. Ich glaube, der kann es. Ja, das ist Timing. Ja, ja. Sehr schönes Ding, Leute. Das war doch mal ein nice, nice Experiment. Oh, wie süß der da steht. Das ist ja knüttelig. Okay. Das ist kein BOT. Das ist kein BOT. Das ist kein BOT. Abruf. Der davor aber. Ohne Witz. Der stand da rum, als ob das 0 auf 15 BOT war. Medik. Wo ist der Medik? Ah, ihr habt schon zwei Stück von denen. Okay, lass uns wieder fliegen. Ihr habt zwei Stück, damit kann man schön durchrotieren. Und drei, zwei, eins. Ah, der Fuß kitzelt immer. Ah, was war das denn? Nochmal. Schade. Ah, keine Schüsse mehr, Leute. Ah, Joche? Ja, ich darf jetzt Jot hören. Schade. Warte, ich habe noch einen Schuss. Jetzt. Ach. Gott, oder? Nee, ist kein BOT. Okay, da ist ein Squat. Ich habe noch ein BOT. Ah, nee, ist ein 3-0. Okay. Dann kann man direkt einen Sniper aufdrücken. Die 3-0 sind einfach beim Loot-Drop. Ist der, ah, ja, Muni? Hab keiner. 3-0. 3-0. Leute beim Loot-Drop? Ja. Sollen wir da hin? Der eine hätte ich auch töten können, nicht? Weil nicht bei der da hinten vom Bauchstamm. Okay, lass mal zum Loot-Drop. Sniper Moon? Äh, Sniper Moon hier. 6 Stück. Thank you. Okay, warte auf uns. Wir sind zu weit hinten. Äh, nee. Ich habe auch keine AR-Munition. Einer down. Einer down. Ich gehe ran. Ja. Boah, schießt mich an. Von der Seite. Danke. Von der Seite. Mach mal hier kaputt. Da oben ist ein Fisch. Holt den mal. Der ist abgelenkt. Nice. Okay. Ein Bot. Der von der Seite kam. Immer Fisch. Immer Fisch. Immer Fisch. Oh Gott, der Fisch, Alter. Der hat einen 37er. Der ist low. Nee, block mich nicht, bitte. Oh, diese Schwitzer, ey. Er ist hinter mir. Was? Der ist da drin. Das ist wild. Er ist low. Ja, geht doch, ey. Mann, ich hasse diese Schwitzer. Ohne die würden die Fails so, so, so viel schneller gehen und entspannter und was auch immer, ey. Ich hoffe, das war die größte Schuh. Habt ihr AR-Munition? Ja, ist einstatt. Ich hab nur 1000. Du hast nur 1000, okay. Dann brauchst du nichts abzuholen. Ich tue irgendwo vielleicht noch nicht mal. Ja. Hier. AR-Munition und Shotgun-Munition. Ich brauch alles. Ja. Auf mich. Ein Headshot. Ein Headshot auf einen. 60. Deine, wenn der Strom holt. Oh, das war closed. Ich hab den eingefinished. Nice. Ach Gott. Der ist oben. Der ist oben. Einer down. Nice. Einer down. Nur noch einer. Das war ganz gut, der der Endblock. Yeah. Ja. Alter, das war viel zu anstrengend ey. Mann, 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 Mann. Ich hab gefühlt 10.000 Schuss abgegeben und keiner hat gehittet ey. Muss auch ohne gehen. Das Problem ist, sobald die Bandage mich berührt, wenn ich HP habe, dann halt es mich ja. Dann steh ich ja nicht drauf. Ja, aber ein S schießt, ey. Ich hab das nicht gesehen. Gib mal Lache. Vielleicht hat er einen. Aber wir standen auch auf so einer Treppe, oder? Komm. Das gibt's doch nicht. Mach mal flacher, vielleicht so. Vielleicht so besser. Der schießt dann doch ordentlich, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab die halbe Map durchflogen. Let's go. Auf Bandagen fliegen, Leute. Geht. Wo bist du denn denn, Alter? Ich bin bei der Brücke oben. Komplett schon anders. Wie geil. Ah, das war schön ey. Ah, das ging so schnell vorbei ey. Das flog so schön. Das war so schön. Leute, war das nicht schön, oder was? Like-Button für geklappen Bandage. Genau. Für einen Bandagenflug. Das war herzhaft. Das war schön. Und jetzt holen wir noch einen epischen Win hier. Wir holen doch noch einen Win, hab ich doch gesagt. Alles easy. Auf Ansage. Auf Ansage. Oh, ich kenn die schon. Hey. Achso. Du wolltest die haben. Okay. Komm, die Hakt ist eröffnet. Hey, meine Sniper. Der lässt den Bot. Ich hab einen Sniper. Ist das seine? Wahrscheinlich. Das hast du alles fallen gelassen. Ich nehm Rock. Ey, das wär's jetzt, wenn der letzte jetzt ein Bot wäre. Er müsste mir den Hakt haben. Das ist so süß. Ich gucke, ob das ein Bot ist oder nicht. Ich komme zumindest so ein bisschen mit. Gleich ist das der übelste Schwitzer. Der killt uns alle vier. Der macht den Solo-Squatch-Spiele. Ja. Nein, das ist ein Bot. Das ist ein Bot. Dann hacken. Nee, kein Bot. Kein Bot. Kein Bot. Nice. Wollte nicht schießen. Der war so süß. Abo-Button und Glocke reinhauen, Leute. Würde mich mega freuen. Verfliegende Bandagen. Zwei Wins. Die sind ab Start. Schaut auf die beiden Videos auf der rechten Seite vorbei. Oben rechts auf dem I zum Beispiel. Aber auch auf der rechten Seite. Wunderschöne Videos, Leute. Reinschauen. Genießen. Spaß haben. Und get mehr Flosse. Flop.